Wie sieht's aus? Ist alles vorbereitet? Wir sind zurück. Wir warten nur noch auf in der Ring, okay? Versprengt. Gut. Hier ist keiner. Hier finden wir das und ziehen weiter. Wie lange müssen wir hier bleiben? Bis Befehle kommen. Gibt's was Neues von den Anderen? Moment mal. Das hab ich mir nicht eingebildet. Scheiße. Nicht was zu sagen. Er hat das alles viel schneller erledigt. Nachdem du neulich beinahe alle in die Luft gejagt hast. Wunderbar. Ach, Mann. Ich werde das nicht ihnen mitteilen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh. Oh. Sweet. tienes que ver. Oh! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Scheiße, die hatten uns fast. Das war's für heute. 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 Ich wollte nur... Das war's für heute. 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 Sam, Das war's für heute. 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 Dann weiter. Zugbrücke? Wie mittelalterlich. Naja, man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht jemanden draußen halten will. Oder etwas im Inneren schützen will. Klingt gut. Die Stürzen sind zerstört. Man kommt nicht hoch zum Brückenkurbel. Okay, ich seh mich hier oben mal um. Hey, Leute. Da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Bingo. Sam, Speziallieferur. Woah, 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 woah! mir geht's gut jetzt hier gut ja kommst du klar gut dann bis gleich ja Bis zum nächsten Mal.